Also wir sind die Limbech GMR. Wir sind seit etwas über 300 Jahren am Ort. Wir können zurückblicken auf Geschichte bis 1690. Ein Landmaschinenbetrieb im Vergleich von früher zu heute, würde ich sagen, ist nicht mehr die pure Handarbeit irgendwo auf dem Feld, sondern wir haben heute schon ziemlich viel Hightech. Also wir haben sogar schon ein bisschen mehr als im Auto, würde ich sagen. Ich habe heute immer noch viel Fläche, die ich aber mit weniger Leuten bearbeiten muss. Das heißt also, ich muss meinem Arbeitsgerät vertrauen und ich muss mein Arbeitsgerät kennen und muss große Traktoren mit ihren Anbaugeräten gut bewegen können. Ich muss heute auch mehr Manager sein als irgendwo nur Landwirt in Anführungszeichen. Wir verkaufen Kettensägen, wir verkaufen Freischneider, wir verkaufen Rasenmäher. Wir sind eigentlich aus unserer Tradition raus immer noch die Schmiede am Ort geblieben, glaube ich. Das heißt also, zu uns kann die Hausfrau mit ihrem Topfdeckel kommen, da schweißen wir gerne den Griff wieder an. Rück zurück in die Landtechnik. Wir verkaufen Traktoren der Kernmarken Case und Steyr. Wir verkaufen alles, was dahinter gehört. Wir reparieren und warten das natürlich auch. Wir verkaufen Proche und Sten. Per christianity 9 Korres trib gen 10 11 15 16 17 17 Untertitelung des ZDF, 2020